Die Rücklage von Behindertenwerkstätten ist aufgebraucht. Abonniert meinen Kanal, um auf dem neuen Stand zu bleiben. In vielen Werkstätten für Menschen mit Behinderung habe die Werkstatt aktuell leider alle ihre Rücklage, was sie habe, aufgebraucht. Das liegt unter dem einen erstes Mal wegen Corona, aber Corona alleine ist daran nicht alleine schuld. Über viele, viele Jahre habe die Werkstätte nicht genüge Rücklage bildet. Da rund um andere liegt dabei, dass die ganze Unternehmen immer weniger Lohn zahlen wollten, also immer weniger Stundenlohn zahlen tut. Ich könnte euch so vorstellen, früher gab aber eine Behindertenwerkstatt die Idealstandard und die wollte halt immer, immer weniger Stundenlohn an die Werkstatt abdrücken. Das bedeutet, unter dem anderen deswegen, habe die Werkstätte über viele, viele Jahre immer weniger Rücklage bildet, um damit auch dann die Menschen, Behinderungen in erster Linie besser zu bezahlen. Und deswegen sind aber viele, viele Jahre auch so langsam den Lohn, kann man sich vorstellen, immer weiter gesunken. Aber auch die Werkstatt hat dort selber Fehler gemacht, weil die Werkstatt auch natürlich eine Geschäftsführung hatte, die sich entweder viel zu viel Geld gegeben habe oder die sich viel zu viel Geld ausbezahlt habe, dass die Mitarbeiter einstelle. Und all das kommt zusammen über die Geschäftsführung, dass die halt eben auch da wiederum ein Punkt, dass sie eben nicht die Rücklage bilden können, was sie eigentlich hätte bilden können und auch müssen. Weil behinderte Werkstätten dazu verpflichtet sind, sechs Monate Rücklage zu bilden. Das bedeutet, bei einer Krisenzeit zum Beispiel, unter dem anderen Corona, ist die Werkstatt laut das Gesetz es zu verpflichtet, sechs Monate Rücklage zu bilden. Und damit die Menschen mit Behinderung weiter bis dahin, den Lohn zu bezahlen. Und genau das hat die Werkstatt leider nicht gemacht, aber nicht nur meine Werkstatt bei unserer Umgebung, Rheinland-Pfalz, sondern auch viele andere Werkstätten deutschlandweit, haben genau so ein ähnliches Problem. In vielen Werkstätten ist das Problem natürlich unterschiedlich. Manche Werkstätten laufen soweit okay, manche Werkstätten haben auch weniger Rücklage bildet, als eigentlich davor vorgesehen. Und dazu muss man auch mit die Politik ganz klar die Werkstatt und die Werkstatt-System nochmal umdenken. Habe die Werkstätte für Menschen mit Behinderung wirklich so viel Sinn? Oder kann man das System nicht einfach verbessern? Weil ich bin ja immer noch die Meinung, wenn jemand arbeiten geht, sollte er wieder laut das Gesetz minimal den Mindestlohn verdienen, damit der Mensch auch um was zu leben hat. Für alle Leute, die das nicht wissen sollten, in so einer Behinderten-Werkschaft verdient man, um den Dreh, 200 Euro, das bedeutet als Stundenlohn ausgerechnet, verdient der Mensch 1,33 Euro die Stunde. Das ist wirklich sehr wenig. Und Menschen mit Behinderung sind dann nur Grundsicherung fähig, um an ihm seine Miete und Essen und Co. Internet alles zu bezahlen. Alles auch von das Werkstattgehalt, 200 Euro. Und Menschen mit Behinderung sind weder Arbeitslosegeld 1 befähigt oder Arbeitslosegeld 2. Für die Leute von euch, die auf den ersten Arbeitsmarkt arbeiten, kennen das bestimmt schon bereits. Und die immense Behinderung, weil die sogenannte Werkstattbeschäftigte gelten, nur so ähnliches Arbeiten in ihrem Verhältnis, habe darauf leider keinen Anspruch. Aber auch die Menschen, die über das Busee für Arbeit laufen, sind darauf auch nicht berechtigt. Und dafür gibt es noch eine kleine Quelle, die ich im Internet gefunden habe. Wenn ich euch kurz mal hier unten mal verlinken, könnt ihr euch gerne mal die Quelle mal durchlesen. Und auf jeden Fall könnt ihr gerne eure Meinung, eure Feedback in die Kommentare gerne mal abgeben. Und damit sage ich es bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann und haut rein. Bis dann.